Wo war dein erstes mal? Mein erstes mal? Waren wir Wunschkinder oder ein Unfall? Hast du deine Söhne schon über den S*** erwischt? Yo Leute, hier ist Max und Chris und Mama! Mama ist hier am Start bei den Gebäuden. Heute gibt es unangenehme Fragen an unsere Mutter. Ach du Schande. Wir können nichts dafür, die haben wir dafür nicht. Na toll. Falls das Video euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, du musst dir jetzt alles ehrlich beantworten. Hier unten sind unsere Instagram-Lamt angeblendet. Folgt uns gerne auf Instagram. Schaut bei uns vorbei. Schaut bei unserer Mutter vorbei. Support ist kein Mord. Ich würde sagen, wir fadeln nicht lang rum. Hört von direkt an. Bespalten. Immer wenn ihr es seid. Wo sind ich und Chris entstanden? Das weiß ich. Ja. Auf dem Mond oder was? Nein, auf der Erde natürlich. Wo? Was weiß ich Schlimmes? Wir sind beide homemade. Beide. Das ist doch nicht wahr. Das stimmt doch nicht. Und wie das stimmt. Dann hast du uns immer falsche Storien. Max hieß immer nicht. Ich glaube nicht. Ja, das hat der Papa immer erzählt. Frag die Mutter. Okay. Ich habe immer recht. Okay. Homemade. Waren wir Wunschkinder oder ein Unfall? Nein. Wunschkinder. Ich war ein Unfall, oder? Nein. Ach was. Nein, natürlich. Max war ein Unfall. Sag ehrlich. Gucken doch an. Also Unfall ist was anderes. Gucken doch an. Gucken doch an. Sag ehrlich. Wo der raus kann. Du wolltest schon wieder zurück reinschauen. Wer hatte am meisten in den Windeln? Max oder Chris? Boah. Oh. Keine Ahnung mehr. Aber ich würde mal so tendenziell behaupten er. Nein. Nein, nein, nein. Nicht oben und Schüsse. Nein, du musst es schon gerne. Der scheißt heute noch 10.000 Marken. Ja. Es ist was Schönes. Das. Ja. Er genießt heute noch. Die haben mich teilweise gesiezt. Witzig. Eine Herrscher. Bist ja schon alt. Ich bin ja schon alt. Welchen Namen hätten Max und Chris bekommen sollen, wenn sie als Mädchen geboren. Geboren wären. Alter. Das macht keinen Sinn hier, was da stehen wird. Welchen Namen habe ich mir gekriegt? Ja. Als Mädchen halt. Das ist jetzt eine gute Frage. Da ich relativ früh wusste, was es wird. Also ich habe bei Max hat man gleich gesehen, dass da so. Ja. Oh mein Gott. Hat man auch das gleich gesehen. Hast du es direkt wissen wollen? Nein. Man hat es gesehen. Habt ihr nie überlegt? Aber habt ihr nicht so mal so geredet, wenn ein Mädchen kommt? Also ich wollte eigentlich eine Anna oder eine Emma. Da waren wir uns nicht immer ganz so einig. Aber ich denke, so in die Richtung wäre es gegangen. Christina hätte ich mir auch noch vorstellen können. Christina. Vor allem Christian. Also Christina ist kein schöner Name. No front. Für mich? Genau. Ne, es war einfach relativ schnell klar, was es wird und deswegen war es auch nie ein Thema. Ich habe mir zwar immer ein Mädchen gewünscht, aber... Das Ding ist ja, eigentlich finde ich ja sowieso gar nicht. Der Kind fällt mir gerade auf. Achso, ja stimmt. Ihr müsst euch vorstellen, weil früher, wenn ich sauer war, habe ich immer gesagt... Wie habe ich immer gesagt? Irgendwann kommt mich einer mit dem Helikopter abholen. Stimmt. Meine wahren Eltern. Stimmt. Ach, genau. Stimmt. Nein, irgendwann kommt mich ein Helikopter oder ein Hubschrauber abholen. Und da sitzen meine wahren Eltern drin und dann bin ich eh weg. Ja. Ja. Genau, weil ich bin vertauscht worden als Davy. So, der war zehn Jahre alt. Aber ich musste ihn leider enttäuschen. Das war wirklich von Anfang an meiner. Leute, übrigens, wenn ihr noch... Ich habe noch nie eine Folge mit Mama sehen wollt. Wie viele Likes nochmal? 5.000. Okay. Oha. Das ist aber hoch angesetzt. Das ist hoch angesetzt. Ja. Okay, 2.000. Gut. Oha. Die Schadensage. Also jetzt liken wir euch. Ja. Was war das peinlichste auf der Straße, was deine Kinder je gemacht haben? Also als sie noch kleiner waren. Was ihr je gemacht habt. Was ist so ein peinliches im Gedächtnisgebiet? Also es gibt zwei Sachen. Das eine ist, wenn dein großer Sohn mit seiner besten Freundin um die Wette pinkelt. Was? Beide Pudeln nackt. Und die hat genau den gleichen Strahl wie er. Was? Also das hat man gesehen und das war sehr lustig. Ein besser gepisst, ja. Nein, aber gleicher Strahl. Wo war das denn? Wo war das? Da war der noch sehr klein und da hat seine Freundin auf jeden Fall gesagt, das was der kann, kann ich auch. Max hat so gepinkelt und sie hat einfach alles ausgezogen und hat genauso gepinkelt. Und wirklich fast im gleichen Strahl. Das hat jeder gesehen. Ne? Das war richtig lustig. Der Chris, der ist mir in Italien, ne Entschuldigung, das war in Kroatien, mal aus der Hand raus. Er war noch ziemlich klein und hat sich aufgeführt wie ein Löwe. Und dazu muss man wirklich wissen, der Chris hatte als ganz kleines Kind schon eine Mega-Röhre und lief durch diese Gassen und hat geschrien. Das ist vielleicht noch etwas anderes. Nein. Ja? Und ich habe ihn nicht gemacht. Boah, jetzt kommt Max wieder mit dem Ohl. Ach, mit dem coolen Schnitzel. Was? Nein, wenn ich bin flach, dann bin ich mit dem Löwe. Ach, jetzt doch, klar. Du wirst schon wieder erinnern, ich hieß doch mal mit dem Schnitzel, die man schon hundertmal gehört hat. Verdammt. Nächste Frage. Ich will jetzt sagen, warum muss Pizzen? Heizemol. 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 Die hatte schon hundertmal der Tisch. Die wäre jetzt. Immer noch gut. Ja, immer noch gut. Nein, die Friste war einfach immer noch. Wir waren in Kroatien damals, da war Max gar nicht dabei. Ich weiß gar nicht, wer der überhaupt war. Wir waren an so einer Pizzerie und da gab es so extra große Pizzen. Stimmt. Und Mama und ich, wir haben die einfach geteilt, wenn es so eine große Pizza war. Ja. Und ich habe zu dem Zeitpunkt damals halt einfach keine Pilze gemacht. Und dann war aber die Diskussion. Ja, jetzt nehmen wir doch aber die Pilze, Christian. Nein, ich bin in den Pilze. Ich hole die dann einfach dir runter. Genau. Die Pizza kommt. Ich habe noch nie so viele Pilze. Das war eine Pilze-Pizza. Ja, wirklich. Nicht Pizza-Pilze. Nein. Nein, Pilze war da nichts drin. Ach, keine Ahnung. Es war alles voller Pilze. Und da war so klein, die konnte man wirklich nicht. Wirklich, da waren Pilze drauf wie Käse auf der Pizza. Ja, genau. Die konntest du nicht runternehmen, weil dann war keine Pizza mehr da. Und so einen Aufstand, wie er da in der Pizzeria gemacht hat, okay, den habe ich auch noch nie. Oha. Aber sag ehrlich, war einfach auch berechtigt, weil das einfach komplett dumm war von dir. Ja, danke. Wirklich. Man sagt sowas nicht zu seiner Mutter, dass sie dumm ist. Doch. Nein. Nein, er sagt nicht. Nein, weil ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht haben und du wolltest mich belehren. Du wolltest mich belehren. Du wolltest mich belehren. Und dann hast du dumm rumgetan noch. Ey, ich nehme doch mit dir in die Pizza. Die können wir doch runter tun. Okay. Also im Prinzip hat er recht, ja? Ja, also. Nur man kann das ja auch nochmal sagen und kann dann sagen, scheiße gelaufen. Aber er hat wirklich gebrüllt in dieser Pizzeria, dass wir dann aufgestanden sind gegangen. Also das war das Ende. Und das war schon wieder... Nein, das ist gelogen. Das war schon wieder... Nein, das war im Betrieb. Ich habe schon wieder Gespenster gesehen. Aber es war ziemlich krass. Und er hat recht. Ich habe wirklich gedacht, dass du vielleicht fünf Scheiben Pilze drauf hast. Ich habe auf der Pizza trotzdem gegessen. Ja. Und sie war halt voller Pilze. Aber ich habe gesagt, tu mir die Pilze raus. Können wir das Pilze-Thema jetzt abschließen? Ja, klar. Ja, ich habe recht. Ja. Mal was? Nein. Hast du schon mal Max oder Christ beim Wittsricht? Muss man kurz nachdenken. Sei ehrlich. Ich habe euch beide schon gesehen. Aber wie man das als Mutter halt so macht, zieht sich dezent zurück. Gesehen? Gesehen? Ja. Okay, wie jetzt? Nein, also nicht so wie ihr jetzt vielleicht gerade meint, sondern man war dann sich klar darüber, was da gerade ist. Aha. Ich war ein Ausland. Oha. Tourist. Ich war ein was? Tourist. Touri. Das kann man jetzt so nicht sagen, aber auf jeden Fall nicht in Deutschland. Okay. Okay. Was war das peinlichste, was dir besoffen je passiert ist? Mir besoffen? Aha. Ja. Vielleicht mal so ein bisschen vom Stuhl fahren. Du trinkst ja eigentlich, ja. Stimmt. Nur so ein kleines Lippo. Nee. Jetzt wirklich. Ich überlege jetzt gerade. Apropos, Leute, wenn ihr ne. Ich habe noch nie voll gesehen heute. Daumen nach oben, Dallas. Ich denke, ich habe noch nie in die Kommentare. Ich weiß, dass ich einmal so bedrungen war, dass ich versucht habe, die Haustür aufzumachen und es ging nicht. Ja? Definitiv nicht. Jemand anders. Hey, du übertreibst bei mich, gell. Ich war schon traut. Also, ich werde das auf jeden Fall das peinlichste aus dem, was ihr so sagt. Ja, finde ich schon. Stimmt. Ich wäre nicht mehr in mein Haus reingekommen. Ja, okay. Stimmt. Weil du es nicht mehr geschafft hast. Ja. Du bist echt. Du bist echt. Wirklich. Ich habe echt immer gedacht, jetzt weiß ich endlich, was auch meine Beine ist. Ich habe den Schlüsselloch, äh... Den Schlüsselloch! Den Schlüssel hat einfach einfach nicht ins Loch. Also, die beste Frage ist, und das ist wirklich auch die, die am meisten gestellt worden ist. Ja, wirklich. War echt die meiste gestellt. Können wir auch nichts dafür. Komm, wieder von denen. Okay. Hast du deine Söhne schon über *** erwischt? Nein. Wirklich? Ja. Nein. Hast du uns echt nie erwischt? Je. Echt jetzt ohne Scheiße. Sind wir so schlecht? Sind wir zu leise? Nein, aber das ist... Ich habe da... Ich habe es selbst echt schon erwischt. Ich habe da auch nie geguckt oder so. Ich habe da wirklich nicht... Hm. Ja. Frage beantwortet. Ihr wisstenscheider, bei zweitesten Likes kommt die, ich habe noch nie Folge mit Mama zusammen. Heftig. Das wird bestimmt mega peinlich. Mega. Wissen wir, was auch noch peinlich ist? Das Video hier. Also, klickt da auf jeden Fall drauf und abonniert hier oben den Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Musik Musik